hallo und herzlich willkommen zurück zu the last of us remastered kurz was prüfen ja nur noch einen schuss man sieht immer schön im rucksack wie viele pfeile man noch hat ich habe jetzt noch einen einzigen pfeil das recht geil gemacht muss ich ehrlich sagen so aber gut hallo und herzlich willkommen zurück dass ich das auch noch komplett gesagt habe wir machen weiter wir haben vorhin in der letzten folge man es ist doch verrückt soldaten aufzuhängen wenn leute verzweifelt genug sind sind sie zu fast allem bereit die leute die protestierten ich glaube schon mal sehen wo sie hin führt schon lange keine infiziten mehr getroffen was ich vorhin sagen wollte was gut auf wenn du springst dass in der letzten folge ist einen großen kampf gehabt die meisten hunter glaube ich tut sind noch fähig das sieht man auch im gebiet an wo noch gegner sind runter 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 da sind noch mehr okay sie haben uns nicht gesehen die kommen wieder rüber da ist die brücke wir sind jetzt näher dran dann weiter so na komm ich suche noch ganz kurz nach pillen jetzt noch was das mädchen das mädchen ist so dürr welches mädchen die die sagen die hübsch so dürr dürr ein kreuz tja mal gucken was ein kreuz bedeutet wahrscheinlich infizierte nehmen wir mal die pampkant so jetzt wären wir wieder bei mehr was haben wir hier briefer mutter mein sohn mein kleiner junge ich habe ihn heute begraben was hat er getan sich protesten angeschlossen jetzt nehmen sie ihn jetzt nennen sie ihn verräter gut ich zeige ihnen was ein verräter ist ich gehöre jetzt auch zu ihnen zu den rebellen den aufständischen sie haben mir eine pistole ein paar kugeln und einen auftrag gegeben ich werde sterben aber sie auch wie viele väter und mütter wie mich gibt es da draußen es ist nur eine frage der zeit bis diese stadt zerfällt schlagen wir den es schlagen wir den ersten stein heraus na diese sicht der dinge nützt niemanden das ist so also pillen sollte ich jetzt genug 10 noch 10 noch da kann ich nämlich messer gegen die greifer in einen angriff brauchen kann ich den abwehren es ist schon es ist so übelst geil gemacht das spiel ich schaffe den sprung nicht wenn du mir auf hilfst kann ich das brett bewegen ich höre dich nicht ich sehe dich nur da hinten bist du worauf wo hinauf was hier auf ich verstehe es nicht hey da ist wieder eins von diesen floßdingern ach so ich muss einfach da hin jetzt habe ich es was haben wir hier schönes ich gehe da mal ganz kurz rein kaffee nett direkt mit wasser zugang dieses geräusch ist nicht gut nichts ich bin voll so sammeln und suchen heißt es momentan aber muss sein denn überall gibt es pillen und gegenstände wie geht es noch weiter hoch ich trau dem nicht ich trau dem anpillen ach nie hier pillen schere klebeband kann ich noch sprengstock machen was haben wir hier noch messer machen wir noch voll ausgerüstet warte wenn ich schon dran bin fehlt mir ein messer schade messer ist schon voll heute abend geht es los wir nehmen den östlichen kontrollpunkt warte 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 w ich mir bereits gekrallt. Das ist nicht gut. Das heißt, hier ist irgendwo einer. Hier geht es nicht weiter. Toll! Hier warte mal. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Vollassi. Kann ich hier draufstehen? Geht das? Nein, 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 nicht runter. Wenn dich da hochgekommen. Obwohl ich da so hochklettern kann wie der... Hey, das Spiel trollt mich. Ach so, so kommt man hier rein. Jetzt habe ich es gut. Los! Schnappe ich mir das. Obwohl ich ein ungutes Gefühl habe. Ich bin so im Wasser. Oh shit, tauchen, tauchen. Wie tauche ich schon wieder? Ja. Hey. Man muss einfach mal die Atmosphäre geniessen. Man muss einfach mal die Atmosphäre geniessen. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ähm, okay. Oh, wieso? Keine Angst, du fällst schon nicht runter. Kannst du so nicht hoch? Sollte doch gehen, oder? Leg das Brett so hin wie die. So. Es ist kein Café, es ist ein Hotel. Aber das hier... Ja, für mich ist es ein Café. Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Bin ich ja schon. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Nein. Ich glaube nicht. Alles klar, Ellie. Komm runter. Wow. Es ist so laut. Edel. War ein Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Da kommen wir doch hoch. Komm ich hier nicht rüber. Bin ich so doof zum Klettern? Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Mal sehen, was wir finden. Also. Das hier will ich. Also gut. Sonst kann ich ein Klicker packen. Und ich kann mich trotzdem noch befreien. Was ist das denn? Ich vermisse Kaffee. Was soll ich sagen? Kaffee ist gut. Aber nicht jedermanns Sache. Zuerst noch kurz hochgehen und gucken, was hier oben ist. Come on. Da liegt was Schönes. Wir benutzen sie zuerst mal hier. Nein, nicht auf dem... Warum liegst du dich auf dem Boden? Leg sie hier dran. Stell sie auf. Geht doch. Dann einmal. Na gut. Kann ich hier noch für was anderes brauchen? Ne, das war alles. Passt so. Und los. Und jetzt doch. Kommst du? Okay. Vorsichtig. Oh Mist. Runter. Runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grundsicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Ja. Wir sind halt grundlich. Und wir bleiben auch grundlich. Ja? Okay. Wie auch immer. Wenn er so stehen bleibt, kriege ich ihn. Ja, einer weniger. Ich versuche das hier noch kurz. Nichts. Da hinten stehen noch zwei. Ich komme hier nicht näher. Aber er macht da einen Kreis. Ja. Das ist nicht gut. Ich gehe von der anderen Seite. Ist hier zu? Nein. So viel Zugränglichkeit, mein Freund. Was haben wir hier Schönes? Oh, hier sind sicher irgendeine Pillen. Komm. Nein. Ich mag die Stille. Verdammt nochmal. Unso gut. Wir schreiten leise fortan. Das war was zu essen, oder? Ja. Der oben hat eine Pumpkin, das ist nicht gut. Da ist noch. Das geht. Meine Gelegenheit. Der hat eine Metallstange dabei. Oh, echt krass. Immer noch schön vorsichtig bleiben. Ich guck mal, was hier hinten ist. Nichts. Einfach mal nichts. Ich guck mal nichts. Komm schon. Das nehmen wir wieder mit. Komm, Pfeil. Hier hat's nirgendwo was nützliches. Komm on. Bitte. Ich will wählen. Hier ist die Treppe. Die eine Treppe. Hier ist die Treppe. Die eine Treppe. Oh. Mal zurück, Süße. Zurück. Fuck. Oh, Mann. Gut. Du hast nichts gehört. Wir laden den Scheiss mal nach. Der ist komplett nachgeladen. Der Pfeil ist hinüber. Zweimal kann ich ihn brauchen, also. Und wer zum Teufel trommelt hier. Niemand. Wo ist er jetzt hin? Da hinten. Oh, da sind... Oh, noch viele. Ja, ich weiß auch. Scheiße. Gut, ich geh da mal... Warte mal. Ich muss was überprüfen. Wenn ich hier von der anderen Seite nicht runterkomme und auf der anderen Seite noch einen Weg hochkomme, dann könnten da Pillen sein. Das muss fast so sein. Hier unten ist auf alle Fälle alles frei. Das ist gut. Warte, bin ich von hier gekommen? Ja, genau. Von hier bin ich gekommen. Dann hier rechts. Und hier hat's irgendwo... Ja. Nein. Fuck. Von hier bin ich ja gekommen. Und hier geht's nicht hoch. Die Überlegung stimmt nicht, die ich gemacht habe. Ich würde so gerne Pfeile machen. Ich spiel so gerne mit dem Bogen. Oh, Mann. Na, so gut. Das heißt, wieder vorsichtig sein. Wo steht der Freund? Wo steht er? Er kommt zurück. Gut. Nein, tut er nicht. Er bleibt stehen. Kommt er jetzt zurück? Nein. Deine Pumpgun. Hm, was seid ihr Deppen? Oh, lass uns versammeln. Was? Irgendwo ist was Wichtiges. Das habe ich verpasst. Nein. Den. Kriege ich das hin? Yes. Den kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das ist nicht möglich. Zack. Na so ist das doch brav. Ich schnapp mir kurz meine Pfeile wieder. Der ist tot. So wie es sein muss. Also, das heißt noch sammeln. Sammeln. Pillen. Ich brauche Pillen. Das sind keine Pillen, aber sie sind auch nützlich. Mit diesem Grund sind sie nützlich. Ich baue das hier zusammen. Moment. Ziegelstein. Ah. Das bringt mir alles nichts. Was? Hier geht es noch weiter hoch? Warte kurz zuerst. Schauen, ob es wirklich weiter hoch geht. Ja, da geht es weiter hoch. Ich erkunde aber noch die äußere Seite. Ja, ja. Ich gehe gleich. Ich weiß. Danke Spiel fürs Hinweis. Oh, da gibt es noch eine Fläche draußen. Und wenn es eine Fläche draußen gibt, könnte es noch Pflanzen geben. Und wenn es Pflanzen gibt, dann könnte es theoretisch noch. Hier war ich schon, oder? Ja. Dann könnte es theoretisch auch Pillen geben. Toll. Nichts. Oh, Alkohol. Viele Leute, die saufen hier. Das ist unglaublich. Definitiv ein Alkoholproblem die meisten Menschen im Spiel. Aber gut, während dieser Zeit würde ich wahrscheinlich auch saufen. Da ist schon alles im Arsch. Na gut. Bevor wir hier aber hoch gehen, mache ich noch eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us, denn ich bin schon längst rüber über die 20 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.